hallo liebe filmfreunde hier ist euer vor 80 mit einem weiteren unboxing video und ich war nämlich heute bei müller und habe mir da ein media book mitgenommen und zwar piranhas die alte version von 1978 von joe dante und ist eine drei disk limit collectors edition die größe von dem media book ist die einer blu ray media book also ein kleineres nicht normal ist auch extrem dick wie man hier sieht kostet 22 990 24 990 und ich wollte diesen film unbedingt noch haben da ich schon an beiden teile schon im media book habe deswegen habe ich auch noch gebraucht hat auch einiges und extra bei einem bonus dvd ist mir dabei mit der dokumentation ufo sex und monster das wilde kino der watcher kommen ungefähr ca 90 minuten eine erweilte interviews ca 13 minuten special messages to roger roger karmann ca 15 minuten und der trailer ist auf der bonus disk drauf und auf der normalen disk ist ein extra drauf ein exklusives interview mit rissischer joe dante dann ein exklusives intro piranha symphonie ein audiokommentar making of trailer preisverleihung auf dem festival von sitges mit joe dante und darsteller dick miller ungefähr drei minuten also sind wir unmengen drauf der film geht auf blu ray 94 minuten und auf dvd 99 minuten ist ab 16 jahren freigegeben und der aufkleber ist aufgeklebt den kann man abziehen und ist von kochmedia ich mache einfach mal auf und dann schauen wir uns das mal an wie das ausschaut na schrubbeldi wupp folie machen wir mal ab und den klebchen ziehen wir auch mal ab aber der geht extrem immer später so hier eben jetzt das piranha media book das cover hier mit allen piranhas und natürlich hier die alte schrift und hier eben dieser fsk 16 logo ist drauf finde das motiv sehr gelungen bisschen blut fehlt finde ich finde ich auch bisschen blut fehlt hier an der seite eben piranhas noch einmal und ein blu ray und ein dvd logo und hinten drauf eben die extras sind beschrieben und die bonus dvd und auch die laufzeit und die ausbau ansprache wir machen immer auf dann ist hier die disk drin einmal sind zwei disk drin einmal hier die blu ray einmal die dvd fassung die zeige ich euch nochmal richtig hier ist dann die dvd version und hier ist dann die extra dvd die bonus dvd mit der dokumentation drauf und hier eben ein sehr schönes hintergrundbild mit dem piranhas die halt eben auch hier rüber also ist ein komplettes bild und dann blättern wir einfach mal durch das media book durch die seiten sind sehr fest und sehr stabil aber die hintergrundinformation von dem film ist dabei also ist ein sehr schönes media book ich finde es etwas dick und hier noch dann die blu ray fassung und die sieht dann so aus ist eben dann die disk 3 aber die blu ray kommt bei mir auf jeden fall vorne hin denn die dvd brauche ich nicht ja und auch hier nochmal piranhas auch von der anderen seite auch das gefällt mir richtig gut auf wieviel das media book limitiert ist kann ich leider nicht sagen da ist auch kein limitierungsnummer drauf aber ich glaube so auf 2000 stück ja und in diesem sinne wünsche ich noch viel spaß bei meinen weiteren videos und ihr könnt mich hier unten abonnieren wenn ihr möchtet und bis zum nächsten mal euer V880 Tschüui Bittö Bikk Soweit Nogceptions Soweit Untertitelung des ZDF, 2020